Vergiftet bin ich glaube ich nicht, aber ich hätte ganz gerne ein Kraut. Na komm. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Spiel blaue Kräuter gibt, ob man vergiftet werden kann. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das hier der Hauptweg ist. Das scheint der Hauptweg zu sein, deswegen gehe ich nochmal nach unten. Achso, ich bin auch blöd, ich kann ja einfach auf die Karte gucken. Wozu habe ich die Schließlinge? Äh, ja, ganz toll. Ha, ich habe dich gemässert. Scheiße. Na komm, ich höre immer noch Scheißmusik. Also sind hier auch noch Viecher. Auch Gold ist gut. Gold nehmen wir immer. Ah, so viele. Die nehme ich. Kannst du die haben. Wer hat die Leiter wieder aufgestellt? Herbert oder was? Also ich war es nicht. Wenn er war, scheppert das. Ohne meinen... ...befehl. Ein bisschen drauf... Aha. Ich habe es dir fast gedacht. War das schon bei mehreren? Mal gucken. Ob das hier jetzt noch so ein Feuer rumludert. Aber ich glaube, das war das erste von diesen... Ah, 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 ah. Oh, also das viele. Fuck, ey. Das ist ja ekelig. Bäh. Hast du es genommen? Gut. Das ist ja echt wieder... Hihihihihihi. Bäh. Machst du es tot? Leicht. Reicht. Eigentlich ist fast immer was in diesen Teilen drin, ne? So. Zumindest ist diese eklige Musik und die ekligen Spinnen sind weg. Da ist wieder so ein Teil. So schön. Der Schädel da auch was. Tatsächlich. Wow. Also hier gibt es echt sehr, sehr viele versteckte... Oh, der hat ein blinkendes Auge, der Schädel. Ich glaube es ja nicht. Okay. Dann, ja. Wo haben wir rein, ne? Komm, Trevor. Hier, hier müssen wir lang. Sehr schön. Doch, also die Höhlen gefallen mir sehr gut. Klar, es sind jetzt hier Spinnen. Und vor allem nicht ganz wenige. Es sind kleinere Spinnen. Und es sind mehr. Das macht das Ganze nicht unbedingt besser. Klein und widerlich. Und mehr sind schlimmer als groß. Und eine Einzige, finde ich. Das Setting erinnert mich aber ganz stark jetzt gerade an The Evil Within. An ein bestimmtes Level. Wo wir auch in so einer Ruine unterwegs waren. Und dann... Auch gegen so einen Kettensägen-Typen übrigens kämpfen mussten. Falls ihr euch noch erinnert. Das war ziemlich geil. Das ist sowieso ein geiles Spiel. Ich wusste nie, dass so ein Ort hier existierte. Das sieht cool aus auf jeden Fall hier. Gold. Gold. Kann ich da wieder reinschießen? Ne, aber da! Boah, ich muss aber echt überall aufpassen. Hier so viele Sachen. Gut. Ich behalte mal die Pistole. Obwohl, ne, ich behalte nicht die Pistole. Springen wir mal runter. So. Kann ich da rüber? Ne. Oh, 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 oh. Mitnehmen. Das Gold vom Partner nehmen lassen ist eigentlich eine total bekloppte Funktion. Es sei denn, wenn man zu zweit spielt, dass wirklich jeder sein eigenes Konto hat. Das kann ich mir vorstellen. Das macht dann Sinn. Ja, aber sonst... Es hängt etwas... Ich will... Ich kann nicht wissen, was das sein könnte. Vor allem, weil... Wer haut da Nägel rein? Naja. Schöne Säge hier. Lecker, lecker. Komm. Auf. Oh. Geil. Ey, das ist ja immer eine Menge Geld. Irgendwohl... Alles so 100 und 150er nur. Schade, das sah viel, viel mehr aus. Hm. So, da ist wieder so ein... Döns... Wie, da hängt eine Spinne an der Wand. Tut mir leid, die musste ich töten. Vielleicht hatte ich ja sogar... Was in sich gehabt. Leider nicht. So. Okay. Also sehr cooles Setting hier. Das muss ich sagen. Gefällt mir hier ganz sehr... Kontrollpunkt. Na toll. Oh oh. Ich ahne, dass es schrecklich ist. Okay. Wir sind allein unterwegs. Jupp. Bin ich. Muss ich mit dir reden? Springen? Okay. Ach, darunter. Du kannst sagen, wie soll ich das denn darüber schaffen? Ja, dann warte du mal da oben. Ich muss irgendwie versuchen, zu dir zu kommen. Aha. Wir kennen euch ja so halbwegs, ne? Ja. Ja. Das Gute ist, ich kann jetzt alles für mich einverleiben hier. Oh, wer bist denn du? Irgendein Penner. Ein toter Penner. Grüne Kräuter sind voll. Das ist natürlich schlecht. Nachladen. Kann man noch irgendwas nachladen? Vielleicht jetzt? Erst kann ich es nehmen. Das ist gut, dann kann ich das nämlich jetzt essen. Happy, happy. Äh. Ja. So geht es natürlich auch. So, haben wir jetzt hier noch was übersehen? Glaub nicht. Gehen wir mal weiter. Zack. Hab ich das eigentlich nachverlangen? Ja, doch. Hallo. Ach nö, nicht so ein Viech. Oh, ne. Hab ich ne Brenngranate? Ne, Handgranate. Ja, aber. Ach nö, wie scheiße. Ah. Ach wohl. Kommt, versuchen wir's. Ja toll, jetzt ist der gerade tot gegangen. Scheiße. Granate verschwenden. So. Ein rotes Gra. Das ist ja auch schön. Wir brauchen noch ein grünes wieder. Jetzt müssen wir bald wieder bei ihr sein. Nö, jetzt könnte ich die Granate gebrauchen. Verdammte Kacke. So. Hahaha. Fuck. Ja, scheiße. Okay. Kommt nix raus. Die ist eigentlich für dich, Shever. Oh. Bist du hier? Ach, die ist ja da. Okay. Alles einsammeln. Ich geb' das rote Kraut auch gleich an sie rüber, denk' ich mal. Hast du's mitgenommen? Hast du's schon mitgenommen? Das ist ja perfekt. Hast du toll gemacht. Das geb' ich dir. Joa, geht so, ne. Wollt das nachhören. So. Okay. Ähm. Joa, ich weiß nicht. Du bist jetzt von da oben irgendwie runtergesprungen, oder was? War ich jetzt hier schon? Eigentlich war ich hier nicht. Auf jeden Fall ist da ein Wasserfall, weil es ziemlich geil aussieht. Cool. Ja, hier hat Shever gestanden, genau. Und da ist auch nochmal ne Kiste. Komm, die machen wir auch noch auf. Da ist nix drin. Äh. Fuck. Das sah schon so nach Falle aus, ich Idiot. Ich bin nicht mehr. 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 Schätze sind wir gerade wichtiger. Oh, eine Tür geht auf. Sehr geil. Ah, wieder so viele Türen. Pass auf, da. Kommt was. Auf dich zu. Hinter... Ja, was muss hinter mir sein? Puh. So. Äh, fuck. Ich kann gerade nicht. Macht den mal tot da hinten. Und euch auch hier. Das ist ja ekelig. Geht doch mal alle nach Hause. Äh. Das wäre meine gewesen. Danke. So, und du nimmst bitte mal diese Munition hier mit. Hier. Die sollst du nehmen. Kannst du die nicht nehmen? Natürlich kannst du die nehmen. Hier. Du sollst nehmen Gewehrmunition. Schäfer. Da. Das könnte sie ruhig mal ein bisschen selbstständiger machen, finde ich. Das war natürlich hier eine Falle, ist klar. Aber ich denke, das hat sich gelohnt. Ich habe ja... Boah. Wir haben ja eigentlich einiges an, äh... Schätzen gebunkert. Ich habe es geahnt. Hier, dann kommt mal hier rein. Hinter uns kommt doch hoffentlich nichts, ne? Ne. Habe ich eine Art Granat? Ja, habe ich. Oh, kommt mal hier. Kommt alle in diesen Gang. Ich hoffe, ihr kommt auch hier hoch. Wenn nicht, haben wir natürlich ein Problem. Da seid ihr alle. Toll. Gib mir eine Grenade, Herr. So, pass auf. Naja, das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gehofft habe, aber okay. Aber sie laufen weg. Das sieht aber so nach Arena hier aus. Ich habe Angst. Ein bisschen jedenfalls. Ah, was kommt jetzt? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ich war weg. Ich denke, wir sind doch ganz geschützt, oder? Wollen wir mal drehen? Wollen wir mal drehen? Okay. Okay, das ist vielleicht nicht gerade die beste Idee. Warte mal, wir klappen. Na schön. Eine Tür. Okay. Aua, wo bist du denn? Da, stehst du ja vor mir. Ich klappe gerade keine Muni. Oh, war das krass. Habe ich sie jetzt da eingesperrt? Das ist witzig. Kann man die Dinger jetzt kaputt machen? Da sind doch so viele Sachen, die hier rumliegen, ehrlich gesagt. Ich versuche mal ein paar davon einzusammeln. Toll. Okay. Okay. Soll ich Okay. Okay. Vielen Dank.